Kur Kutasana, die Hahnenstellung. Ausgangsposition ist der Lotus. Gib die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurch. Dann kannst du die Unterarme kurz nach oben geben. Dann gib die Handflächen auf den Boden. Verlagere das Gewicht auf die Hände und hebe das Becken hoch. So bist du in Kur Kutasana, die Hahnenstellung, eine schöne Gleichgewichtsübung, die natürlich dann besonders leicht geht, wenn du dünne Unterschenkel und Arme hast.